Hallo, mein Name ist Alphonse Amade, ich bin 13 Jahre alt, ich bin in der Innenverteidigung. Ich bin sehr gut in den Vereinen bei der SV Vorgestellung, der SV weiter. Ich habe persönlich das Ziel, mich gut zu entwickeln und zu profizieren. Mit der Mannschaft möchte ich noch eine gute Saison spielen.